Regional. Ehrlich. Mit Herz. Darauf schauen wir bei unseren Mitarbeitern. Jeder für sich einzigartig und individuell. Ebenso wie wir. Jeder besonders. So wie Johannes. Johannes ist Meister darin, Lösungen zu finden. Sei es am Tennisplatz, wo der Kampf um den Sieg absolute Konzentration verlangt. Oder in der Arbeit, in der er sich tagtäglich damit auseinandersetzt, komplexe Situationen in einfache Prozesse zu verwandeln. Johannes liebt den Umgang mit Menschen. Genauso wie Tennis. Deswegen ist er einer unserer Experten im Bereich der Wohnbaufinanzierung. Einer, der weiß, was es heißt, Kundenträume zu verwirklichen. Er lebt für den Moment, wenn er mit seiner Arbeit anderen Menschen helfen kann, Wünsche zu erfüllen. Mit viel Nähe und der Herzlichkeit, die unsere Arbeit ausmacht. Denn wenn es um Wohnbaufinanzierung geht, dann braucht es Menschen, denen man vertrauen kann. Eben Menschen wie Johannes. Wir sind die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal. Und wer bist du?